Hi, schön, dass ihr da seid. Diesmal habe ich daran gedacht, wir live kommentieren das Spiel. Heute, wir sind in den Playoffs. Ihr habt hier auf dem Screen, was so passiert ist. Bevor ihr euch wundert, 35-14 in der Wildcard-Woche, das war ich nicht selber. Wir haben leider keinen Termin gefunden. Vikings-Coach hat wohl recht viel Stress oder extrem viel Stress mit Arbeit momentan, weil da so viele krank sind. Kennt man natürlich gerade in der Lage. Deswegen kann er da nicht wirklich was für. Es ist doof, dass jetzt in den Playoffs passiert ist. Aber ja, so habe ich quasi jetzt ein Freilos. Das ist ein bisschen ärgerlich gerade. Wie gesagt, in den Playoffs hätte ich natürlich gerne nicht gehabt. Aber ihr seht, wir sind am Start gegen die Saints jetzt. Ansonsten spielen die Titans gegen die R-Codes das dritte Mal dieses Jahr. Wir haben die Broncos gegen die Chiefs das dritte Mal dieses Jahr. Und wir haben die Cardinals gegen die Falcons. Ich weiß nicht, ob die schon mal gespielt haben in der Regular Season. Wir haben schon mal gegen die Saints gespielt. War ein ganz, ganz knappes Spiel. Wir haben irgendwie mit drei Punkten oder sowas gewonnen. Und schlussendlich sind die sogar 13-3 und wir sind 12-4. Also die sind besser gewesen als wir in der Saison. Ich hoffe, es wird ein knappes Spiel. Ich hoffe, ich werde jetzt hier nicht komplett untergehen oder irgend sowas. Live-Kommentar. Let's go. Ich höre hier einfach Musik nebenbei. Aber ganz, ganz leise natürlich, damit ich mich selber noch reden höre und hier nicht aus Versehen meine Nachbarn voll schreie. Ah, Touchback. Ich weiß übrigens nicht, ob ich bei jedem Snap reden werde oder sowas. Also vielleicht habt ihr auch einfach ab und zu stumme Snaps. Wisst ihr was? Ich laufe da trotzdem mal. Nice. Das war ein merkwürdiges Alignment. Niemand ist bei... Moment mal. Komm. Ah, schade. Ich dachte, ich kriege den da reingedrückt, aber war nicht. Cindy Jones ist direkt drauf. Kenny mit dem Block. Nehmen wir. Nice first down. So, wir haben letztendlich das gleiche Play, bloß aus einer dickeren Formation, sage ich mal. Das sieht auch so aus, als würden wir das laufen. Jawohl. Ah, da hätte ich vermutlich einfach weiterlaufen sollen. Na, machen wir trotzdem. Ah, hat es gereicht? Sah so aus, als hätte es gereicht, wa? So, alle kennen eigentlich den Spielzug von mir, deswegen wird er da jetzt vermutlich ein paar Adjustments gegen machen. Aber ansonsten habe ich Kenny... Oh, habe ich auch. Nice. Das freut mich natürlich. Oh, nein. Wenn ich da im richtigen Moment gejukt hätte... Oh, ich hoffe ja, dass ich ihn mit dem Linebacker da drauf sprinten kriege und dass ich dann quasi dahinter Devontae Smith anwerfen kann. Aber das könnte auch ein Pick werden jetzt. Ah, ist er gar nicht. Oh, shit. Ja, das ist... Oh, und dann werfe ich auch noch einen Pick. Ich wollte ihn nicht mehr und dann ist es auch noch ein Pick, Six. Ach. Ich wollte ihn eigentlich übergeben, den Ballen. Ich habe vergessen, dass man X gedrückt halten muss dabei. Und dann habe ich aus Instinkt einfach noch geworfen. Obwohl das natürlich sowieso nicht gezählt hatte. Das ist natürlich ärgerlich. Geschenkter Touchdown. Schade, eigentlich war der Drive gut. Na, dann seht ihr, deswegen spiele ich nicht gerne APOS, weil ich das zu selten mache. Und deswegen vergesse ich, bei welchen man drücken muss und bei welchen nicht und so. Und zack, spielen wir direkt aus dem Loch. Das ist doch echt unnötig. Jungs, was macht ihr denn da? Ach, komm, getippte Interception noch hinten drauf. Ach, der nächste Pick. Komm. Den würde ich wieder werfen. Ist natürlich ein bisschen ärgerlich, dass er dann getippt wird und dann direkt zum Pick. Ist gut, dass das Spiel ist jetzt halt höchstwahrscheinlich sowieso schon rum. Also, ey, klar kann ich 14 Punkte aufholen, aber der ist ja auch nicht umsonst in den Playoffs, ne? Ähm, deswegen kann ich jetzt einfach hier ein bisschen Freestyle, ein bisschen machen, was ich will, bis da. Einfach 14-0 führen, ohne ein einziges Play gehabt zu haben, ist auch mal ein Luxus in den Playoffs. Das Ding ist, wir sind jetzt halt ein bisschen darauf angewiesen, dass er Fehler macht und das ist ärgerlich. Ach, komm, Alter. Der weiß doch nicht, dass der Ball kommt. Sowas ärgert mich immer. Weil der offen ist, der Wurf, aber dann weiß er auf einmal, dass der Ball kommt, wisst ihr? Und dreht sich um und wehrt den ab, so, das ist schade. Smith-Affen-Mobber wird vermutlich nicht die Zeit dafür haben, ja. Funk. So rennt der aber hin mit seinem User, das ist ja ganz weit offen. Hm. Ich hasse das, wenn die Leute immer ihre Safeties runterholen und das da links auch, weil was ist denn das? Das hat halt nichts mit Football zu tun, so. Das ist dann halt irgendwas, was man irgendwo auf YouTube gesehen hat, wisst ihr? Aber naja. So, hier wird jetzt höchstwahrscheinlich entscheidend sein, ob der User einfach durchgerannt kommt oder ob wir den geblockt kriegen. Nö, er checkt's gar nicht, okay. Oh, das war dumm. Den hätte ich vermutlich außenlang tragen können. Schade, verschickt er jetzt. Stellt euch mal vor, das wäre der erste Drive. Dann hätte ich jetzt schön noch Entspannung, wisst ihr, und könnt hier alles machen, was ich will, aber... Oh ja. Oh! Ey, ich hab drauf gewartet, dass der auch noch intercepted wird für den Pick-Six. Drive. Ich weiß halt leider nicht mehr, wie das letzte Spiel war, also ich glaub, der ist offensiv auch so einer, der viel in die Flat wirft und so. Also, der wird schon seine Yards machen. Aber ich hab jetzt vorsichtshalber trotzdem mal die drei Punkte mitgenommen. Ah, Zach Wilson, stimmt. I remember. Ich hab Hartflats außen. Och, komm. Jetzt kommt er durch die Lücke durch, weil er in seinen All-Liner reingerannt ist. So, das ist unser Spielzug. Oh! Sind das drei Yards? Der wirft genau um mich rein, sind drei Yards. Also, was heißt, er wirft genau um mich rein? Wirft genau um mich rein, ist natürlich auch ein bisschen übertrieben, aber... So, das spielen wir hier. Screen. Zu spät gesehen, aber er ist an mich reingerannt. Äh, wir containen. Och, Gottchen, das ist ein Touchdown. Okay. Ich hab ein Middle-of-the-Field-Safety. Der Wurf ist... Der Wurf ist tot. Aber wenn mein Safety zu langsam ist, um ranzukommen, wird's schwer. Aber wisst ihr, das ist halt ein 7-Point-Swing. Das ist entweder ein Stopp, obwohl ich weiß gar nicht, ob er ein Fick-O-Range war. Aber naja. Also, ich will nicht sagen, aber der erste Drive hat mir auf jeden Fall nicht... Angst gemacht, weil ich jetzt nicht das Gefühl hatte, er hat mega Kontrolle oder so. Sondern ich hab schon das Gefühl, da hat er eins, zwei Mal Glück gehabt. Oh, äh, jetzt reicht's aber. Jetzt reicht's. Come on. Okay, von mir aus kommt der Blitz durch. Wisst ihr, von mir aus wird der Wurf irgendwo hingeworfen. Muss er genau auf den Linebacker kommen. Sehr arg. Ich lauf. Ach ja, okay, cool. Wir haben Containen drin. Ich bin hier unten drunter. Alles zu. Oh. Wollte schon sagen, wenn das ein Touchdown ist. Ich weiß nicht, ob er besser ist als ich. Aber wir sind 21 Punkte hinten. Äh, und er kriegt den Ball nach der Hälfte. Das heißt, wir sind jetzt schon darauf angewiesen, dass Madden uns irgendwie Bullshit gibt. Und das will ich eigentlich nicht. Usert er den? Ne, macht er nicht. Was ist das? Der rinnt doch straight in den Reihen. Und was ist das für ein Catch? Also erst mal ist das Pass und Affiliate von der Defense. Und zweitens, was war das für eine Catch-Animation? Ich mag die Wheel nicht, deswegen gebe ich dem einfach nur Swing. Oh, er gibt ihm noch nicht noch das Ticke. Falsche Defense. Wenn er keinen Timeout nimmt, muss es ein Touchdown sein. Sonst bin ich sauer. Komplett falsche Defense. Seht ihr? Und ich verliere Yards. Gucken wir mal, ob wir ihn austricksen können oder nicht. Er blitzt jetzt alle gerade. Weißt du, was mich richtig aufregt? Weil ich meine, okay, der getippte Pick kann passieren. Dass Stafford aus dem Sack genauzt im Linebacker wird, kann passieren. Was richtig dumm ist, ist dieser erste Pick. Wo ich eigentlich den Ball übergeben wollte. Und dann auch eigentlich gar nicht werfen wollte. Weil ich ja wusste, das Play zählt sowieso nicht. Aber einfach mein Kopf hat es irgendwie automatisch gemacht. Probieren wir mal, ob wir hier mit dem Robber irgendwas machen können. Aber ich befürchte auch nicht. Play-Action. Oh. Hm. Wisst ihr was? Ich muss jetzt auf Aggressive gehen. Ich hänge. Ja, okay. Ah, Danny Sheldon hat sich verletzt. Oh je. Tote Run-Defense wird noch toter. Äh, ja. Ich bin hier für einen Screen. Das ist eine Formation, aus der viele gerne einen Screen spielen. Oh, Tackle ins Nichts. Wieso hat der so viel Zeit? Aber, wisst ihr? Ich mache jetzt komplett Freestyle irgendwas. Hol den Linebacker rein. Na klar. Immer. Ich spiele mal ein Screen aus der Formation. Ich kann keinen bewegen im Screen. Oh, doch kann ich. Nice. Ich wollte schon sagen. Weil jetzt erwartet er, dass ich diese dummen Verticals mache. Mache ich aber nicht. Oh, ey. Das kann echt nicht sein, dass der Typ wieder... Jenkins. Das ist einfach durch drei von meinen All-Linern durchrennt. Ohne, dass irgendwer irgendwas macht. Er zeigt mir nur vier und das ist zwei. So zum Beispiel. Okay. War das ein Blitz wenigstens? Ne. Was ist denn hier los heute? Gegen die Packers war das auch schon so eine Woche... Weiß ich, was das für eine Woche war. 16, glaube ich. Dass da alle durchgekommen ist. Das ist schwer, ne? Okay. Timeout. Wir versuchen mal ganz frech noch ein Screen hinten dran. Gucken, ob wir das hinkriegen. Er verpeilt die Screens immer ein bisschen, ne? Entweder nimmt Golloday mit dem User weg oder der ist auf. Nimmt er mit dem User weg. Heißt ja, wir haben ihn hier auf. Oh, Alter. Wer ist denn das, Alter? Ist das Jenkins? Der hat einen Radius, Mann. Ich sag, der ist auf. Der ist auch auf in meinem Kopf. Aber der hat einen Radius. Weißt du, Sachen der noch rankommt? Das ist crazy. Ist das? Machen wir mal. Ist langsam. Vielleicht gucken wir mal, ob Golloday 50-50 Gott ist. Nein, ist auch nicht. Ich mag es nicht gerne, aber wir müssen ein bisschen Risiko gehen. Vielleicht haben wir Bryant offen. Aber nicht. Ich will die auch die ganze Zeit einfach... Aber die kommen gar nicht ran, Alter. Ich will die einfach als 50-50-Bälle werfen, aber die kommen nicht ran. Screen ist jetzt eigentlich das Dümmste, was wir machen können. Aber wir machen es trotzdem. Nope. Ist nichts. Wir müssen out of bounds. Wir hätten den Ball nicht spiken können danach. Und wir haben keine Timeouts mehr. Deswegen, ich hab mir den angeguckt. War nichts da. Bin ich out of bounds. Läuft jetzt einfach einmal, nehme ich an. Ja, also 18 Punkte hinten. Wie gesagt, wir brauchen irgendwie... Oh, schneller biken. Wir brauchen irgendwie Bullshit von Madden. Ansonsten wird das nichts mehr. Also, sagt mal, alleine wird das nichts sein. Dafür ist sein Team zu gut. Der kann extrem konservativ spielen. Der bewegt den Ball trotzdem. Deswegen. Also, entweder er macht von sich aus einen Fehler. Oder Madden gibt uns was, quasi. Ach. Das ist schade. Warum ist das kein Pick? Da hab ich einen Pick gesehen. Wir matchen außen. Das heißt, ich muss ein bisschen auf die Flat aufpassen. Aber... Oh, ey. Ey, wisst ihr doch, normalerweise muss ich immer nach einer halben Stunde meine Kamera neu starten, ne? Ähm, hm. Ja, hab ich vergessen hier, ne? Das heißt, ich denk die ganze Zeit noch, ich bin auf Kamera. Bin's aber eigentlich nicht. Also könnt ihr mich von jetzt ab... Äh, von jetzt ab? Ab jetzt nur noch hören und nicht mehr sehen. Aber ist ja egal. Reicht. Aber der Wurf von ihm aus dem Sack kommt halt auch zu seinem Spieler. Und der Wurf von mir aus dem Sack kommt genau zu seinem Linebacker. Und das sind so die Unterschiede, die es halt machen können, ne? Das ist hier der Unterschied zwischen einem Punt und einem Catch. Und einem neuen First Down sogar. Und bei mir war es der Unterschied zwischen einem Catch und einer Interception, wisst ihr? Das ist... Frustrierend. Ich weiß jetzt auch nicht, ob ich da irgendwie gerade eine andere Einstellung hab oder so, weil ich gegen ihn spiele. Aber bisher hat der meiner Meinung nach auch nichts wirklich Anspruchsvolles gemacht. Oder nichts Gutes, wisst ihr? Ja. Oh, danke. Genau das, worüber ich mich gerade beschwert hab. Oh, Drecks. Cam Jordan wieder da. Ja, mach deine Adjustments. Spiel deinen kleinen Blitz, Alter. Okay. Oh. Warum, Stafford? Warum? Guckt euch mal bitte die Front an. Die Front ist tot, wenn er den Lauf verteidigen will. Ich schwöre euch, Cam Jordan verteidigt den jetzt trotzdem oder so. Nervig. Nee, okay. Warum spielt er mit so einer Front und will den Lauf spielen? Er hat bisher meiner Meinung nach den Screen nie wirklich gut verteidigt. Deswegen probieren wir den jetzt einfach direkt nochmal. Ich mach das auch gerne in der Red Zone. Einfach nur, warte, ich erklär's gleich. Ist wieder nicht drauf. Also, der ist jetzt halt auch nicht gut geblockt, aber er war mit seinem User wieder ganz woanders. Ja, auf jeden Fall ist das ein kleiner Cop-Out hier in der Red Zone. Du kannst die Bubble nicht verteidigen. Ich verstehe nicht, was das soll. Wenn der außen jetzt direkt seinen Block schlägt, wäre natürlich ärgerlich. Aber er kann die Bubble nicht verteidigen mit dem Alignment. Seht ihr? Sowas meine ich. Was ist das? Das hat... Klar! Ich hab übrigens keinen Mond drin für den Fall, dass ich scramble muss, was ich für sehr wahrscheinlich halte. Nee, doch nicht. Nice. Was war das denn schon wieder? Also, ich muss sagen, sein User ist mir ein bisschen suspekt. Okay, ich wollte gucken, ob er... Weißt du was? Wir probieren es trotzdem. Oh, ja, klar, vorhin. Und... Was ist das? Was ist das? Ich dachte, dass sie einfach dann sagen, okay, wer es nicht geht eigentlich. Nope. Bumbleed, dann nimmt der Running weg die beiden. Dann ist ein Tatschgung. Hm? Ich komm mal direkt mit 5 und ich hab aus dem Match Zones. Oh ja. Oh ja. Das wollte ich doch haben. Nice. Probieren wir nach rechts zu laufen, aber da ist halt Cam Jordan leider. Aber wenn er seinen User da wegnimmt... Okay, und jetzt Psychologie. Weil er denkt nämlich, ich kann nicht mehr laufen, weil ich den Lauf ja gerade benutzt habe. Aber ich hab ja mehrere Läufe. Den hier nehm ich zum Beispiel. Ich hoffe, dass ich Swift finde, weil er mit dem User was verhaut. Aber könnte auch sein, dass ich gesatellaggt werde. Komm, jump. Oh, das war nicht, wie ich wollte. Naja. Wie willst du Smith verteidigen? Ja, muss er mit dem User machen. Die Adjustments sind echt wild teilweise, ne? Ich hab das Gefühl, manchmal wissen Leute nicht, was sie machen. Machen einfach irgendwas, nur um was zu machen. Wisst ihr? Werf den vermutlich einfach wieder, egal was kommt, auf Kenny Galladay. Aber wir warten mal bis ins vierte Viertel. Obwohl, wisst ihr was, warum nicht? Ne, machen wir nicht. Ich hab keinen Mond drin, um zur Not zu scrammeln, aber wenn ich hier nichts sehe, dann werfe ich nichts, weil, ähm, wenn ich den Viertel nehme, dann sind es acht Punkte aus der Monoposition. Weh, du fammelst. Ja, okay. Wieso returnst du nicht, Alter? Du hast... Der ist doch Superstar für seine Returnfähigkeit, oder? Warum returnst du nicht? Wieso bin ich... Ich wollte da nie hin, Alter. Wieso war ich auf einmal in der Blockanimation? Ich bin keinen Schritt nach unten. Ich hatte eine Zone. Ich lasse es mal. Ich pinch einfach nur die Line. Wieder in seinen eigenen O-Liner rein. Hat er den sogar dabei ver... Ne, das war wer anders, okay. Ich dachte gerade, er hat seinen O-Liner verletzt, indem er in ihn reingerannt ist. Warum? Warum überwirft er den? War da Druck oder irgendwas? Warum? Oh! Oh, das ist der nächste Pick. Oh! Alter, du bist ein Safety. Du bist ein Safety. Ich bin der User, er ist ein Safety. Oh! Das war ein bisschen zu offensichtlich übrigens. Er hat so lange gebraucht, um seinen Spielzug auszuwählen und sowas. Komm, komm, komm. Und schon wieder. Schon wieder. Schon wieder. Schon wieder. Er hat einen Spieler da, Alter. Mann! Werft den extra schnell, weil er einen Spieler hat und ich ihn in der Motion erwische, ne? Ist das ärgerlich, ist das? Ist auch ärgerlich. Okay, eigentlich keine Chance, dass irgendwer irgendwie verteidigt, ne? Oder Hawk. Ich versuche mal noch ein Screen, weil, wie gesagt, mit seinem User, er checkt es immer sauspät und ich habe das Gefühl, ich bin kurz davor, einen mal wirklich dick zu kriegen. Ein Screen, aber irgendwie... Seht ihr, er ist wieder komplett in der falschen Richtung mit seinem User und wieder... Ah, es ist nicht gut geblockt, ja? Ich hoffe, dass es man und er schießt auf den... Oh, shit, Moment. Ey, ich sag euch wieder, er kann die Bubble nicht verteidigen. Es ist unmöglich, die Bubble zu verteidigen aus dem Alignment. Ah, dankeschön, Alter, meine Fresse. Ich bin leider, leider, leider ganz schlecht mit 2-point-Combat. Das ist echt schade. Ah, nice. Ach, ich hab gedacht, ich hab den zu früh geworfen, quasi vor dem Linebacker, aber... Kellen Mond hat mich verstanden. Und da haben wir's unentschieden. Das nehme ich doch schon mal als Achievement, irgendwie 21-Punkte-Comeback. Return, komm, du hast den Superstar. Jawoll! Was macht mein Contain eigentlich? Ihr habt gesehen, dass ich Contain gespielt hab, ne? Warum hab ich keinen Contain, wenn ich Contain spielen will? Ach, schade. Checkdown. Ja, war klar. Ich hab wieder Contain drin, nur so als kleine Ansage. Oh, Harmen ist zum vierten Mal oder sowas knapp am Ball. Wir haben wieder Contain und ich spiel in Cover 3 Bars. Gucken. Ja. Ich glaub, das Bars hat sogar geklappt. Ich glaub, er hat's nicht gelesen. Okay, wir haben's in der Hand, wir haben's in der Hand. Ich glaub, den lauf ich sogar, der sieht ganz cool aus. Ah, hätte ich werfen sollen. Naja. Schade. Okay, guckt euch mal die Defense an, ne? Keine Hilfe über Kenny Galladay, was schon mal sehr mutig ist. Wisst ihr was? Wir spielen hier, um zu gewinnen. Wir spielen nicht, um nicht zu verlieren. Und dann kommt sowas. Und dann kommt sowas. Und ich krieg einen inaccurate Pass von Stafford. Wozu? Warum? In welcher Welt? Was soll das? Ist das nervig? Meine Fresse. Ah, er blitzt von der Seite. Kann er eigentlich nicht machen. Also, kann er schon machen, aber... Das ist ein sehr guter Play Call, falls die beide wirklich blitzen. Nein, warum? Ich wollte gar nicht juken. Ich bin an den... Ah, ich bin an den Stick rangekommen. Sehr ärgerlich. Ich stell die Kamera übrigens nicht, um zu punten. Ich punte wie ein echter Mann. Stell dir mal vor, er fummelt da jetzt. Vielleicht spielt er jetzt wenigstens mal ein bisschen aggressiv. Wenigstens ansatzweise. Einmal im Spiel. Vielleicht spiel er einmal aggressiv im Spiel. Einmal. Nein. Nimm den Checkdown. Ey, wie... Was ist... Bro. Was ist denn das, Alter? Kannst du mal spielen wie ein Mensch? Ich hab Contain drin, als Info. Ah, jetzt kommen die Dinger raus, ja. Das entscheidende Field Goal. Schade. Ja, fand ich ein bisschen doof jetzt am Ende. Aber ja. Aber ja, war eine gute Saison. Hat Spaß gemacht. Und wir sehen uns dann nächstes Jahr. Ich werde versuchen, irgendwie hinzukriegen, dass dieses Bär irgendwer den Super Bowl bitte aufnimmt. Und nicht einfach spielt, bevor wir geklärt haben, wie das aufgenommen wird. Bis dann. Ciao. 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 Bis zum nächsten Mal.